Als es im Juni 1962 nach Meinung meines Bruders notwendig wurde, dass ich in New York blieb und mich einem Psychiater anvertraute, nannte ich Spielvogels Namen. Und sofern ich mich richtig erinnerte, war er spezialisiert auf kreative Leute. Nicht, dass das in meinem damaligen Zustand für mich irgendeine Rolle gespielt hätte. Obwohl ich weiterhin Tag für Tag schrieb, hielt ich mich inzwischen nicht mehr für fähig, irgendetwas hervorzubringen, außer meinem eigenen Elend. Ein moderner Mensch in der Krise. Philip Roth beschreibt ihn in seinem autobiografischen Roman »Mein Leben als Mann«. Wir alle kommen dann und wann an den Punkt, wo wir uns in seelischer Bedrängnis fühlen. Ein Thema, das den Menschen begleitet, seit er weiß, dass er überhaupt eine Seele besitzt. Den frühesten schriftlichen Nachweis von einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Innenleben haben uns übrigens die alten Ägypter hinterlassen. Es handelt sich um eine Papyrusrolle aus dem dritten Jahrtausend vor Christi Geburt. Auf ihr ist das Gespräch eines Lebensmüden mit der eigenen Seele protokolliert. Genauer gesagt, mit den verschiedenen Anteilen derselben. Es ist ein äußerst dramatischer Text. Ein Mensch zweifelt an sich und der Welt. Er hat das Leben satt, sieht keinen Sinn mehr darin, weil Traditionen brüchig geworden sind, Gottlosigkeit zugenommen hat und Unmoral um sich greift. Soll er weiterleben oder Schluss machen? Das Interessante ist, wurde bis dahin lediglich dem Pharao, dem Gottkönig, eine Seele zuerkannt, der sozusagen stellvertretend für sein Volk eine Art Gemeinschaftsbewusstsein besaß, so entnehmen die Forscher diesen Papyrus-Text, dass auf einmal ein ganz normaler Sterblicher ebenfalls mit einer Seele, einem Bar, ausgestattet ist. In seinem Buch »Forschungsobjekt Seele« stellt Friedrich Dossé die These auf, dass das altegyptische Bar der wesentlich später entwickelten Vorstellung vom Unbewussten nahekommt und dass erst mit dem Erlebnis des Bar jeder Einzelne sich seiner Individualität bewusst wurde. Das Ich-Bewusstsein, soweit es sich bereits entwickelt hatte, gehörte zu K. Die Hieroglyphe des Bar ist ein Vogel mit einem Sternenflämmchen. Die Seele war also eine Macht, die von den Sternen stammt und nach dem Tod, einem Vogel gleich, wieder in den überpersönlichen Bereich des Kosmos zurückkehrte. Die Hieroglyphe für das K ist der Stier, Symbol der Zeugungskraft. Wobei die Ägypter unter »Zeugungskraft« nicht nur die sexuelle Potenz verstanden, sondern auch das, was wir heute als »geistige Funktion des Menschen« bezeichnen würden. Doch zurück zu unserem Lebensmüden. Sein vor rund 5000 Jahren geführtes Selbstgespräch, auch das geht aus den Hieroglyphen auf der Papyrusrolle hervor, hat den Aufruhr seiner Seele besänftigen können. Er ist zur Überzeugung gekommen, dieses irdische Jammertal vorerst jedenfalls nicht zu verlassen. Dieser frühe Fall einer recht modern anmutenden Seelenschau darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Menschen damals und noch Jahrtausende später sowohl in Ägypten als auch in anderen Kulturen archaisch, magisch oder religiös geprägten Gruppenritualen frönten. Schon in der Zeit vor Christi Geburt finden sich bei den alten Hebräern fundierte psychologische Einsichten. So beschrieben sie beispielsweise die Projektion, die Übertragung unangenehmer Impulse auf andere also. Und sie versuchten, die Botschaften der Träume zu nutzen. Die Anbeziehung des Unbewussten und die Traumarbeit wird dann über zwei Jahrtausende später Schwerpunkt in Freuds Psychologie. Was die Hebräer allerdings von den Ägyptern und anderen alten Kulturvölkern unterscheidet, das ist ihr Glaube an den einen Gott, der über Gesundheit und Krankheit, Freude und Leid bestimmt. So werden eben auch unangenehme Seelenzustände wie Angst, Schwermut und Wahn von ihm allein gegeben und genommen. Gottvater, der allmächtige Seelenheiler, der die Kinder Moses wissen lässt, Ich töte und belebe, ich verwunde und heile. Ich, der Ewige, bin dein Arzt. Doch mit diesem Allmachtsanspruch werden sich die Menschen auf Dauer nicht zufrieden geben können. Und sie besinnen sich mehr und mehr auf ihre eigenen Möglichkeiten, zu denken, zu analysieren und zu heilen. Von Israel nach Griechenland, wo ja die Wurzeln unserer geistigen Emanzipation und überhaupt die Grundlagen der europäischen Kultur und Philosophie gelegt wurden. Dort nimmt auch die strukturierte Betrachtung der Innenwelt des Menschen ihren Lauf, die Wissenschaft von der Seele, die Psychologie. Wobei der Begriff Psyche, wie die Griechen die Seele nannten, mit Lebenshauch übersetzt werden kann. Das macht doch sehr deutlich, welchen Stellenwert die Weisen des Altertums dem menschlichen Bewusstsein beimaßen. Bereits Hippokrates ging davon aus, dass die Seele, die einem Menschen wirkt, ohne ein sichtbares Organ zu sein, im Gehirn lokalisiert sein muss. Auch wenn dieser berühmte Arzt der Antike in erster Linie den Körper behandelte, so wurde ihm doch recht schnell klar, dass eine somatische Therapie nicht ohne Auswirkungen auf die Seele blieb. Eine Erkenntnis, die uns heute als Binsenweisheit erscheinen mag, haben wir doch schon einiges an Psychowissen intus, beispielsweise C.G. Jungs' Ansichten zum Phänomen Seele. Psyche ist das allerealste Wesen, weil es das einzig Unmittelbare ist. Auf diese Realität kann sich der Psychologe berufen, nämlich auf die Realität des Psychischen. Eine Erkenntnis, zu der auch schon Sokrates, der Philosoph der griechischen Antike, gelangt ist. Von der Seele geht alles, sowohl Gutes als auch Böses aus, für den Körper und den ganzen Menschen. Und von da auch fließt es ihm zu. Und fallen Schatten auf die Seele, braucht sie Zuwendung. Die Seele muss durch gewisse Heilsprüche behandelt werden. Diese Sprüche sind die guten Reden. Und das Miteinanderreden, ein wichtiger Schritt zur Entlastung und Heilung. Besonders aussichtsvoll dann, wenn einem auch wirklich zugehört wird. Der sokratische Dialog, der gekennzeichnet ist durch geduldiges Fragen und Nachhaken, ermöglicht den Erkenntnisgewinn. Rund 2000 Jahre später wird das die Basis psychotherapeutischer Intervention, also angewandte Psychologie, sein. Platon, ein Schüler des Sokrates, der zudem von Pythagoras, dem großen Mystiker und Mathematiker geprägt worden war, hatte von dem nicht nur die Vorstellung einer Seelenwanderung, sondern auch die Annahme zweier Wirklichkeiten übernommen. Es existiert für den Menschen also eine äußere und eine innere, das heißt eine sinnliche und eine geistige Realität. Platons eigene psychologische Rückschlüsse beruhen vor allem auf Selbstbeobachtung, einer heute immer noch unerlässlichen therapeutischen Tugend. Aber nicht nur die Philosophen der griechischen Antike hatten Seelenheilung im Blick. Auch in anderen Kulturkreisen, wie beispielsweise in Indien, kümmerte man sich früh darum, den Menschen seelisches Gleichgewicht zu verschaffen. Die Begierden zur Ruhe zu bringen, den materiellen Sehnsüchten zu entsagen, ohne zu leiden, das verheißen fernöstliche Seelenversenkungen nun schon seit über 3000 Jahren. Quälende Gedanken zerstreuen, innere Unruhe lindern, loslassen und leer werden, das ist Ziel der traditionellen indischen Meditationspraktiken, beispielsweise des Yoga. Kein vordergründig problemlösender Ansatz, aber doch eine Hilfe zu körperlicher und seelischer Ausgeglichenheit zu finden. In den christlich orientierten Ländern hatte die Kirche jahrhundertelang das Monopol auf das Seelenheil. Andersgläubige wurden ausgeschlossen und verfolgt und seelische Krankheiten als Gott gegeben oder sogar als Gottesstrafe hingenommen. Gegebenenfalls aber auch als Beweis gesehen, dass der oder diejenige mit dem Teufel unter einer Decke steckt. Der Weg zum allgemeinen Verständnis für psychisch in Not Geratene, für Auffällige, Andersdenkende und Agierende war weit. Ketzerverfolgung und Hexenverbrennung zeugen von Intoleranz, aber auch von der Angst gegenüber den von der Norm abweichenden Menschen. Erst in der Renaissance gewinnt allmählich die Vernunft die Oberhand. Und der Mensch wird immer mehr zum genauen Beobachter seiner Umwelt und seiner körperlichen und seelischen Befindlichkeit. Er begreift allmählich, dass die Dämonen, die ihn plagen, keine äußeren Mächte sind, sondern in seinem inneren Hausen. Doch auch in der Blütezeit der Vernunft und der Wissenschaften bleibt vielfach der Wunsch bestehen, die beseelenden und heilenden Kräfte der Natur weiterhin zu nutzen. So zum Beispiel der Glaube an die Macht der Sterne, an heilende Berührungen und an den Magnetismus. Seine Anhänger gehen davon aus, dass ein wechselseitiger Einfluss unter den Himmelskörpern, der Erde und allen auf ihr existierenden Lebewesen stattfindet. Magnetismus also. Der Wiener Arzt Franz Anton Messmer entfachte in halb Europa einen echten Run auf diese Methode, mit der es ihm gelang, nicht nur körperliche Schmerzen zu kurieren, sondern die Menschen auch von ihren nervösen Störungen zu befreien. Die magnetische Kraft, die, laut Messmer, in jedem von uns waltet, kann natürlich nur dann genutzt werden, wenn der Mensch auch an sie glaubt. Eine Bedingung, die ja auch für viele andere Verfahren gilt. Gesund werden ist eben immer auch Selbstheilung. Wenn Sie sich von mir magnetisieren lassen wollen, so wird mir das eine Ehre sein. Aber Sie dürfen niemals vergessen, dass zwischen Ihnen und mir keine wirkliche Kluft besteht. Sie müssen nur ein wenig tiefer in sich gehen, meinetwegen mit meiner Hilfe, um zu erkennen, dass Sie nur für sich selbst tun können, was Sie zunächst unweigerlich bei mir oder einem anderen suchen müssen. Dem Faszinosum Magnetismus scheint auch Peter Slaughter-Dyke verfallen zu sein. Er beschäftigt sich nämlich in seinem Roman »Der Zauberbaum« sehr ausführlich mit dieser Form des Heilens. Er hält sie, und nicht nur er, für eine wichtige Vorläuferin der psychoanalytischen Kur. Die öffentlichen Vorführungen des Magnetisierens waren meist überfüllt. Wer im Saal keinen Platz mehr gefunden hatte, wartete geduldig draußen vor der Tür auf das Erscheinen der Magnetisierten. Tausend Augen sahen jedem entgegen, der herauskam. Manche waren apathisch und mussten sich führen lassen. Andere erschienen mit fanatischen Vorsätzen in den Augen, als hätten sie die größten Aufgaben für den Rest ihres Lebens. Uns modernen Menschen mag der Magnetismus vielleicht etwas mysteriös vorkommen. Das jedenfalls, was Karl Philipp Moritz, Zeitgenosse und Freund Goethes, dachte und schrieb, erscheint uns aus ganz anderen Gründen auch sehr erstaunlich. Der sich selbst »Seelenbeobachter« nennende, nimmt nämlich bereits vorweg, was Sigmund Freud erst rund 100 Jahre später entwerfen wird, die Tiefenpsychologie. Deren wichtigste Botschaft lautet, ohne Erinnerung kann kein Mensch psychologische Erkenntnisse erringen und seelisch wachsen. Der Schlüssel seelischen Leidens, das hat bereits Karl Philipp Moritz vermutet, muss in schmerzhaften Erlebnissen der frühen Kindheit liegen. Die moderne pränatale Psychologie hat inzwischen nachgewiesen, dass auch vorgeburtliche Einflüsse die seelische Entwicklung empfindlich stören können. Sollten vielleicht gar die Kindheitsideen das feine, unmerkliche Band sein, welches unseren gegenwärtigen Zustand an den Vergangenen anknüpft? Wenn, anders, dasjenige, was jetzt unser Ich ausmacht, schon einmal in anderen Verhältnissen da war? Unzählige Male weiß ich schon, dass ich mich bei irgendeiner Kleinigkeit an etwas erinnert habe, und ich wusste selbst nicht recht an was. Es war etwas, das ich nur im Ganzen umfasste, was irgendeine dunkel entfernte Ähnlichkeit mit meinem gegenwärtigen Zustande gehabt haben muss, ohne dass ich mir dieselbe deutlich entwickeln konnte. In dem zwischen 1785 und 1790 veröffentlichten psychologischen Roman Anton Reiser schildert er nämlich die Geschichte seines eigenen Herzens. Eine Art Selbstanalyse und Selbsttherapie, mit der er sich die Erfahrungen seiner entbehrungsreichen, an elterlicher Liebe und Fürsorge armen Kindheit von der Seele schreibt. Wenn die Ideen der Kindheit bei mir erwachen, so ist es mir oft, als ob ich über eine kurze Spanne meines Daseins zurückschauen könnte, und als ob ich nahe dabei wäre, einen Vorhang aufzuziehen, der vor meinen Augen hängt. Wem die Rückkehr in ferne Zeiten nicht ohne weiteres gelingt, dem kann das durch eine Methode erleichtert werden, die wir im Folgenden ansprechen, die Hypnose. Mithilfe der suggestiven Beeinflussung der Patienten erzielte im 19. Jahrhundert der Pariser Nervenarzt Jean-Martha Charcot erstaunliche Erfolge. Besonders im Kampf gegen einen heute nicht mehr unbedingt als Krankheit klassifizierten Zustand, der vor allem die Damen befiel, die Hysterie. Dieses Leiden hat es schon auf den Magnetismus gut angesprochen. Nun, unter Hypnose, gaben die Patientinnen noch ungehemmter, bis dahin sorgsam gehütete Erinnerungen aus ihrem Leben preis. Ebenso wie den Magnetismus beschreibt Peter Sloterdijk auch diese Technik in seinem Zauberbaum. Madame, Sie fühlen sich ganz leicht. Sie werden sich, wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe, aufrichten und drei Schritte vorwärts gehen. Stehen Sie auf. Gehen Sie. Jetzt. Fühlen Sie das Zittern, Madame. Geben Sie ihm einen Namen. Sprechen Sie aus, was in dem Zittern steckt. Auch Sigmund Freud war fasziniert davon, mithilfe der Hypnose die Patienten mit einem sonst nur schwer zugänglichen Teil ihrer Psyche in Kontakt zu bringen. Bald wandte er sich aber von dieser Interventionsform ab, zugunsten des freien Assoziierens. Doch parallel zu Freuds Spekulationen über das Seelenleben des Menschen begannen sich auch andere Richtungen in der Psychologie zu entwickeln. Heute lässt sich die Lehre von der seelischen Befindlichkeit des Menschen ganz grob in drei Schulen einteilen. Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie und humanistische Psychologie. Ebenfalls zu Freuds Zeiten, Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden auch die Erforschung der schweren seelischen Störungen und deren medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten vorangetrieben. Psychiatrie und die allgemeine Psychologie haben inzwischen von den Erkenntnissen der Hirnforschung und der computergestützten Diagnose- und Heilverfahren sehr profitiert. Die Frage aber, was den Menschen im Innersten zusammenhält, wird die Psychologen weiterhin umtreiben und neue Erkenntnisse mitunter aber auch Verwirrung stiften. Die Verunsicherung wird sich aber in Grenzen halten. Schließlich wissen moderne Seelenforscher eine Menge mehr, als beispielsweise Jan van Leiden wissen konnte, der Held in Peter Slaughter-Dykes Roman »Der Zauberbaum«. Meine psychologischen Begriffe sind mir wie Sand zwischen den Händen zerrunnen. Wie naiv bin ich an meine Aufgabe herangegangen, als müsste man nur genügend Kenntnisse an sich raffen, um dann in sicherer Verfügung über einen Wissensschatz mit irgendeiner gelehrten Heilkunde zu beginnen. Alles hat sich in das Gegenteil verkehrt. Ich habe den Eindruck, dass die Erfahrungen eher mich gesammelt hätten, als ich sie. Statt seelenruhig über die Strukturen des menschlichen Inneren nachzudenken, bin ich in dieses Innere hineingerissen worden, wovon Ruhe keine Rede mehr sein kann, sondern nur von einem abenteuerlichen Fließen aller Zustände. Diesem abenteuerlichen Fließen aller Zustände setzte Sigmund Freud ein Ende. Er entwarf Theorie und Therapie der Psychoanalyse. Ein kühnes Modell, das Anerkennung und Ablehnung zugleich, aber auch kreative Weiterentwicklungen provozierte. Freud's Werk jedenfalls gilt als Beginn der modernen Psychologie. Eine Wissenschaft, die sich allerdings nicht mehr in Konkurrenz mit anderen Disziplinen verschleißt, beispielsweise der Religionslehre, der Philosophie, der Biologie und der Neurologie. Den Gesetzen der Seele, darin sind sich die meisten Forscher inzwischen einig, kommt man am ehesten gemeinsam auf die Spur. Überpersönlichen Bereich des Kosmos zurückkehrte. Die Hieroglyphe für das K ist der Stier, Symbol der Zeugungskraft. Wobei die Ägypter unter Zeugungskraft nicht nur die sexuelle Potenz verstanden, sondern auch das, was wir heute als geistige Funktion des Menschen bezeichnen würden. Doch zurück zu unserem Lebensmüden. Sein vor rund 5000 Jahren geführtes Selbstgespräch, auch das geht aus den Hieroglyphen auf der Papyrusrolle hervor, hat den Aufruhr seiner Seele besänftigen können. Er ist zur Überzeugung gekommen, dieses irdische Jammertal vorerst jedenfalls nicht zu verlassen. Dieser frühe Fall einer recht modern anmutenden Seelenschau darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Menschen damals und noch Jahrtausende später sowohl in Ägypten als auch in anderen Kulturen archaisch, magisch oder religiös geprägten Gruppenritualen frönten. Schon in der Zeit vor Christi Geburt finden sich bei den alten Hebräern fundierte psychologische Einsichten. So beschrieben sie beispielsweise die Projektion, die Übertragung unangenehmer Impulse auf andere also. Und sie versuchten, die Botschaften der Träume zu nutzen. Die Einbeziehung des Unbewussten und die Traumarbeit wird dann über zwei Jahrtausende später Schwerpunkt in Freuds Psychologie. Was die Hebräer allerdings von den Ägyptern und anderen alten Kulturvölkern unterscheidet, das ist ihr Glaube an den einen Gott, der über Gesundheit und Krankheit, Freude und Leid bestimmt. So werden eben auch unangenehme Seelenzustände wie Angst, Schwermut und Wahn von ihm allein gegeben und genommen. Gottvater, der allmächtige Seelenheiler, der die Kinder Moses wissen lässt, Ich töte und belebe, ich verwunde und heile, ich, der Ewige, bin dein Arzt. Doch mit diesem Allmachtsanspruch werden sich die Menschen auf Dauer nicht zufrieden geben können. Und sie besinnen sich mehr und mehr auf ihre eigenen Möglichkeiten, zu denken, zu analysieren und zu heilen. Heißt eine sinnliche und eine geistige Realität. Platons eigene psychologische Rückschlüsse beruhen vor allem auf Selbstbeobachtung, einer heute immer noch unerlässlichen therapeutischen Tugend. Aber nicht nur die Philosophen der griechischen Antike hatten Seelenheilung im Blick. Auch in anderen Kulturkreisen, wie beispielsweise in Indien, kümmerte man sich früh darum, den Menschen seelisches Gleichgewicht zu verschaffen. Die Begierden zur Ruhe zu bringen, den materiellen Sehnsüchten zu entsagen, ohne zu leiden, das verheißen fernöstliche Seelenversenkungen nun schon seit über 3000 Jahren. Quälende Gedanken zerstreuen, innere Unruhe lindern, loslassen und leer werden. Das ist Ziel der traditionellen indischen Meditationspraktiken, beispielsweise des Yoga. Kein vordergründig problemlösender Ansatz, aber doch eine Hilfe zu körperlicher und seelischer Ausgeglichenheit zu finden. In den christlich orientierten Ländern hatte die Kirche jahrhundertelang das Monopol auf das Seelenheil. Andersgläubige wurden ausgeschlossen und verfolgt und seelische Krankheiten als Gott gegeben oder sogar als Gottesstrafe hingenommen. Gegebenenfalls aber auch als Beweis gesehen, dass der oder diejenige mit dem Teufel unter einer Decke steckt. Der Weg zum allgemeinen Verständnis für psychisch in Not geratene für auffällige Andersdenkende und Agierende war weit. Ketzerverfolgung und Hexenverbrennung zeugen von Intoleranz, aber auch von der Angst gegenüber den von der Norm abweichenden Menschen. Erst in der Renaissance gewinnt allmählich die Vernunft die Oberhand. Und der Mensch wird immer mehr zum genauen Beobachter seiner Umwelt und seiner körperlichen und seelischen Befindlichkeit. Er begreift allmählich, dass die Dämonen, die ihn plagen, keine äußeren Mächte sind, sondern in seinem inneren Hausen. Doch auch in der Blütezeit der Vernunft und der Wissenschaften bleibt vielfach der Wunsch bestehen, die beseelenden und heilenden Kräfte der Natur weiterhin zu nutzen. So zum Beispiel der Glaube an die Macht der Sterne, an heilende Berührungen und an den Magnetismus. Seine Anhänger gehen davon aus, dass ein wechselseitiger Einfluss unter den Himmelskörpern der Erde und allen auf ihr existierenden Lebewesen stattfindet. Als es im Juni 1962 nach Meinung meines Bruders notwendig wurde, dass ich in New York blieb und mich einem Psychiater anvertraute, nannte ich Spielvogels Namen. Und sofern ich mich richtig erinnerte, war er spezialisiert auf kreative Leute. Nicht, dass das in meinem damaligen Zustand für mich irgendeine Rolle gespielt hätte. Obwohl ich weiterhin Tag für Tag schrieb, hielt ich mich inzwischen nicht mehr für fähig, irgendetwas hervorzubringen, außer meinem eigenen Elend. Ein moderner Mensch in der Krise. Philip Roth beschreibt ihn in seinem autobiografischen Roman »Mein Leben als Mann«. Wir alle kommen dann und wann an den Punkt, wo wir uns in seelischer Bedrängnis fühlen. Ein Thema, das den Menschen begleitet, seit er weiß, dass er überhaupt eine Seele besitzt. Den frühesten schriftlichen Nachweis von einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Innenleben haben uns übrigens die alten Ägypter hinterlassen. Es handelt sich um eine Papyrusrolle aus dem dritten Jahrtausend vor Christi Geburt. Auf ihr ist das Gespräch eines Lebensmüden mit der eigenen Seele protokolliert. Genauer gesagt, mit den verschiedenen Anteilen derselben. Es ist ein äußerst dramatischer Text. Ein Mensch zweifelt an sich und der Welt. Er hat das Leben satt, sieht keinen Sinn mehr darin, weil Traditionen brüchig geworden sind, Gottlosigkeit zugenommen hat und Unmoral um sich greift. Soll er weiterleben oder Schluss machen? Das Interessante ist, wurde bis dahin lediglich dem Pharao, dem Gottkönig, eine Seele dazu erkannt, der sozusagen stellvertretend für sein Volk eine Art Gemeinschaftsbewusstsein besaß, so entnehmen die Forscher diesen Papyrus-Text, dass auf einmal ein ganz normaler Sterblicher ebenfalls mit einer Seele, einem Bar, ausgestattet ist. In seinem Buch Forschungsobjekt Seele stellt Friedrich Dossé die These auf, dass das altegyptische Bar der wesentlich später entwickelten Vorstellung vom Unbewussten nahekommt und dass erst mit dem Erlebnis des Bar jeder Einzelne sich seiner Individualität bewusst wurde. Das Ich-Bewusstsein, soweit es sich bereits entwickelt hatte, gehörte zu K. Die Hieroglyphe des Bar ist ein Vogel mit einem Sternenflämmchen. Die Seele war also eine Macht, die von den Sternen stammt und nach dem Tod, einem Vogel gleich, wieder in den von Israel nach Griechenland, wo ja die Wurzeln unserer geistigen Emanzipation und überhaupt die Grundlagen der europäischen Kultur und Philosophie gelegt wurden. Dort nimmt auch die strukturierte Betrachtung der Innenwelt des Menschen ihren Lauf, die Wissenschaft von der Seele, die Psychologie. Wobei der Begriff Psyche, wie die Griechen die Seele nannten, mit Lebenshauch übersetzt werden kann. Das macht doch sehr deutlich, welchen Stellenwert die Weisen des Altertums dem menschlichen Bewusstsein beimaßen. Bereits Hippokrates ging davon aus, dass die Seele, die einem Menschen wirkt, ohne ein sichtbares Organ zu sein, im Gehirn lokalisiert sein muss. Auch wenn dieser berühmte Arzt der Antike in erster Linie den Körper behandelte, so wurde ihm doch recht schnell klar, dass eine somatische Therapie nicht ohne Auswirkungen auf die Seele blieb. Eine Erkenntnis, die uns heute als Binsenweisheit erscheinen mag, haben wir doch schon einiges an Psychowissen intus, beispielsweise C.G. Jung's Ansichten zum Phänomen Seele. Psyche ist das allerrealste Wesen, weil es das einzig Unmittelbare ist. Auf diese Realität kann sich der Psychologe berufen, nämlich auf die Realität des Psychischen. Eine Erkenntnis, zu der auch schon Sokrates, der Philosoph der griechischen Antike, gelangt ist. Von der Seele geht alles, sowohl Gutes als auch Böses aus, für den Körper und den ganzen Menschen. Und von da auch fließt es ihm zu. Und fallen Schatten auf die Seele, braucht sie Zuwendung. Die Seele muss durch gewisse Heilsprüche behandelt werden. Diese Sprüche sind die guten Reden. Und das Miteinanderreden, ein wichtiger Schritt zur Entlastung und Heilung. Besonders aussichtsvoll dann, wenn einem auch wirklich zugehört wird. Der sokratische Dialog, der gekennzeichnet ist durch geduldiges Fragen und Nachhaken, ermöglicht den Erkenntnisgewinn. Rund 2000 Jahre später wird das die Basis psychotherapeutischer Intervention, also angewandte Psychologie sein. Platon, ein Schüler des Sokrates, der zudem von Pythagoras, dem großen Mystiker und Mathematiker geprägt worden war, hatte von dem nicht nur die Vorstellung einer Seelenwanderung, sondern auch die Annahme zweier Wirklichkeiten übernommen. Es existiert für den Menschen also eine äußere und eine innere, das Magnetismus also. Der Wiener Arzt Franz Anton Messmer entfachte in halb Europa einen echten Run auf diese Methode, mit der es ihm gelang, nicht nur körperliche Schmerzen zu kurieren, sondern die Menschen auch von ihren nervösen Störungen zu befreien. Die magnetische Kraft, die laut Messmer in jedem von uns waltet, kann natürlich nur dann genutzt werden, wenn der Mensch auch an sie glaubt. Eine Bedingung, die ja auch für viele andere Verfahren gilt. Gesund werden ist eben immer auch Selbstheilung. Wenn Sie sich von mir magnetisieren lassen wollen, so wird mir das eine Ehre sein. Aber Sie dürfen niemals vergessen, dass zwischen Ihnen und mir keine wirkliche Kluft besteht. Sie müssen nur ein wenig tiefer in sich gehen, meinetwegen mit meiner Hilfe, um zu erkennen, dass Sie nur für sich selbst tun können, was Sie zunächst unweigerlich bei mir oder einem anderen suchen müssen. Dem Faszinosum Magnetismus scheint auch Peter Slaughter Dike verfallen zu sein. Er beschäftigt sich nämlich in seinem Roman »Der Zauberbaum« sehr ausführlich mit dieser Form des Heilens. Er hält sie, und nicht nur er, für eine wichtige Vorläuferin der psychoanalytischen Kur. Die öffentlichen Vorführungen des Magnetisierens waren meist überfüllt. Wer im Saal keinen Platz mehr gefunden hatte, wartete geduldig draußen vor der Tür auf das Erscheinen der Magnetisierten. Tausend Augen sahen jedem entgegen, der herauskam. Manche waren apathisch und mussten sich führen lassen, andere erschienen mit fanatischen Vorsätzen in den Augen, als hätten sie die größten Aufgaben für den Rest ihres Lebens. Uns modernen Menschen mag der Magnetismus vielleicht etwas mysteriös vorkommen. Das jedenfalls, was Karl Philipp Moritz, Zeitgenosse und Freund Goethes, dachte und schrieb, erscheint uns aus ganz anderen Gründen auch sehr erstaunlich. Der sich selbst Seelenbeobachter nennende, nimmt nämlich bereits vorweg, was Sigmund Freud erst rund 100 Jahre später entwerfen wird, die Tiefenpsychologie. Deren wichtigste Botschaft lautet, ohne Erinnerung kann kein Mensch psychologische Erkenntnisse erringen und seelisch wachsen. Der Schlüssel seelischen Leidens, das hat bereits Karl Philipp Moritz vermutet, muss in schmerzhaften Erlebnissen der frühen Kindheit liegen. Die moderne pränatale Psychologie hat inzwischen nachgewiesen, dass auch früher